Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo liebe Tele-Stammtisch-Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Dom aus der Redaktion und dem Schnitt. Und bevor ihr nun unser zweites Special zum Fantasy-Filmfest mit etwas Verspätung auf die Ohren bekommt, und hier ein kurzer Disclaimer. Ich habe mir, wie im letzten Jahr auch schon, den Kollegen Thilo geschnappt. Der ist ja bekanntlich unser redaktionsinterner Fachmann für das Fantasy-Filmfest, ist schon seit Ewigkeiten dort mit Dauerkarte Stammgast. Und in diesem persönlichen Roundup stellt er noch einige Filme vor, die wir leider nicht vorab via Pressescreener sehen konnten und die er natürlich dann vor Ort in Augenschein nehmen konnte. Es gibt nur einen kleinen Haken, denn bei der Aufnahme hatte ich mit meinem Rechner technische Probleme und das Ganze ging verloren. Dankenswerterweise hatte Thilo allerdings einen Mitschnitt gemacht, ein Backup, aus dem ich dann den ganzen Podcast rekonstruieren konnte. Der Wermutstropfen dabei ist jetzt allerdings, dass meine Tonqualität als derjenige, der ja das Interview führt, doch sehr zu wünschen übrig lässt in den ersten 20 Minuten. Anhörbar ist das Ganze zwar schon, aber halt nicht in der gewohnten Qualität. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Im Anschluss hört ihr dann noch zwei Besprechungen, wo ich auch zugegen bin. In der einen quetsche ich den Kollegen Marco aus zu Knocking, einem Film, der nur er gesehen hat. Und zum Abschluss gibt es dann noch einen Film, den ich gesehen habe, The Spine of Night, wo der Kollege Sven mich wiederum zu ausgefragt hat. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch trotz aller Widrigkeiten viel Spaß bei diesem zweiten Special und sage nur, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht es gut. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch. Genauer gesagt zum zweiten Special zum Fantasy-Filmfest des FFF, was gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen ist in den meisten deutschen Großstädten. Und wer war natürlich wieder dabei? Nicht nur wir, beziehungsweise ich, der auch einige Filme gesehen hat, sondern natürlich ein echter Veteran des Tele-Stammtisches und des FFF, und zwar der Thilo. Hi. Hi, der alte Schwede aus München, grüßt euch. Und im Gegensatz zum letzten Jahr warst du tatsächlich auch bei einigen Besprechungen dabei diesmal, ne? Das ist richtig. Ich durfte auch ein paar Filme im Vorfeld schon sehen und ich glaube, wir beide haben diesen Night Drive schon besprochen, der auch auf dem FFF lief. Genau, richtig. Ja, also ich habe irgendwie drei oder vier Filme insgesamt gesehen, inklusive denen. Du hast wahrscheinlich, ich weiß ja schon aus dem Vorgespräch, dass du diesmal nicht ganz so viel Zeit hattest und es waren, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das, glaube ich, so ein bisschen abgespeckt war, wieder um die 50 Filme insgesamt auf der Liste, ne? Ähm, das kann man so sehen, das, ich kannst du mal gucken, das sind 20, 30, 35, 37 Filme waren es jetzt insgesamt. Also hatte ich so viele wie bisher, also es gab ja schon Saisons, da gab es elf bis zwölf Tage des Festivals, diesmal waren es jetzt nur sieben Tage. Also haben sie schon irgendwie auch ein bisschen immer noch angepasst an die, ja, immer noch vorherrschende Situation, ne? Wobei sich die Kinos schon besser angepasst haben als letztes Jahr, würde ich mal sagen. Oder wie hast du das erlebt? Ja, es wurde halt ein bisschen abgespeckt, natürlich auch aus Gründen der Terminfindung. Es wurde ja zigmal verschoben. Dann wurde es auch diesmal im Rio-Filmpalast statt im Cinema gemacht, eben aufgrund dieser Terminprobleme. Also es ist schon ein bisschen anders gewesen. Dann gab es 2G-Regelungen oder 3G war es, ich weiß es nicht, aber sie haben auf jeden Fall kontrolliert. Dafür gab es eben diesmal keine Abstandsregeln im Kino, wo irgendwie jede zweite Zeile dann irgendwie blockiert war. Insofern war das dann wieder ein bisschen freier, aber es ist noch nicht so alles wie früher gewesen, das stimmt. Okay, ja, kann ich auch nur so bestätigen von den paar Kinobesuchen, die ich seit der Wiedereröffnung hinter mir habe, dass jetzt so Abstandsgebote gar nicht mehr so sind, sondern einfach nur, dass man halt mit Maske dann letztes Jahr auch schon irgendwie zum Platz ist. Und dann geht es eigentlich relativ so. Ich habe so Dune gesehen oder auch den neuen Bond. Das war eigentlich relativ angenehm. Genau die zwei habe ich auch zuletzt gesehen. Ah, ja, passt ja. Ja, dann ist das Matrix kommt nur noch und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Ja, so kann man das sehen. Und dann kam eben das FFF und dann war ich halt wieder teilweise ein bisschen öfters im Kino. Ja, und ich habe das FFF immer noch nicht im Kino wahrnehmen können, genau wie letztes Jahr, sondern nur vom heimischen Step-Tor aus. Schande! Bing, 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 bing. Ja, Schande! Bing, 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 bing. Das ist auch schon so ein Insider unter uns, habe ich das Gefühl. Erinnert sich noch jemand an diese Serie eigentlich? Ja, letztes Jahr kommt der Spin-Off. Aber Lirum Larum, Thilo, du hast uns ein paar Filme mitgebracht, die wir ja noch nicht in unserem wirklich gigantischen ersten Special drin hatten. Genau. Im Anschluss hieran werdet ihr noch zwei andere Besprechungen nachbekommen. Auch eine von mir zu The Spine of Night, den ich noch sehen konnte. Hast du den gesehen? Den habe ich tatsächlich auch gesehen, ja. Der war schon ein bisschen speziell, ne? Ja, auf jeden Fall nicht für jedermann. Aber ich fand ihn echt ganz nett, erfrischend und mal was anderes und so ein bisschen 80s-Flair. Und war ja auch ziemlich mit viel Gore versehen. Also es war ein schöner Zeichentrickfilm für Erwachsene mal wieder. Mit Betonung auf Erwachsene, ne? Also das guckte sich so ein bisschen wie die Game of Thrones gefärbte Fassung des alten Herr-der-Ringe-Trickfilms so ein bisschen, ne? Es ging schon in die Richtung oder eben Heavy Metal, was ich damals auch total gefeiert habe, diesen Film. Stimmt, das ist alles so in diesem rotes Verfahren, ne? Aber kann man gerne in die Besprechung reinhören, wo mich der Kollege Sven dazu ausquetscht. Noch mal so kurz, bevor du jetzt noch so auf dein kleines Potpourri eingehen kannst. Was waren denn so deine High- und Lowlights dieses Jahr? Also ich finde, den Highlights hat es schon beim Eröffnungsfilm angefangen. Der Gunpowder Milkshake, den gab es zwar schon auf Netflix etliche Monate, weil es eben durch die Verschiebungen dann diese Überschneidung gab. Aber ich habe ihn mir erst im Kino dann angeschaut und der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, was nicht immer bei jedem Eröffnungsfilm des FFF ist. Also da hat es schon einen guten Anfang genommen. Dann, ja, es waren ein paar sehr ... Also Night Drive war bestimmt auch so ein Highlight, den habe ich jetzt allerdings da nicht im Kino, sondern ja im Vorfeld schon als Screener sehen können. Und dann, ja, es sind einige Highlights, die möchten wir jetzt ja erst noch besprechen. Und das absolute Lowlight, das wollen wir hier auch noch besprechen. Okay, dann würde ich mal sagen, feuerfrei für deine FFF. Wir fangen, glaube ich, mal an mit, es klang im Vorgespräch zumindest schon so an, deinem oder auf jeden Fall einem größeren Lowlight, das da heißt After Blue. Magst du uns darüber kurz aufklären? Ja, da fangen wir schon ganz richtig an bei der einen Seite des Spektrums. Das war für mich so ziemlich das, ja, Lowlight, After Blue, ein französischer, na ja, möchte man Science-Fiction-Film nennen, der handelt von einer jungen, von einem jungen Mädchen namens Roxy, die auf einem Planeten namens After Blue lebt, weil die Erde ist verseucht gewesen. Und da sind sie dann auf diesem Planeten. Und alle Männer sind aber der Seuche zum Opfer gefallen. Da sind im Grunde nur Frauen auf dem Planeten, die sich aber trotzdem irgendwie fortpflanzen können durch Technik. Und ja, und Roxy ist mit ihren Freundinnen am Strand unterwegs, die sie aber so ein bisschen mobben. Und dann findet sie so eine bis zum Kopf im Sand eingegrabene Frau, die sagt, ja, befreie mich, befreie mich, es soll dein Schaden nicht sein. Und sie macht das dann. Aber es war dann eine Hexe namens, aufpassen, Kate Bush, die sie da befreit hat. Und die killt dann die Freundinnen von ihr und haut ab. Und dann sind die Eltern von den Kindern, den getöteten Sau wütend natürlich auf Roxy und ihre Mutter und sagen, sie muss das wieder gerade biegen und diese Hexe töten. Und dann machen sie sich auf zu den Minen, wo diese Hexe wohnt. Und erfahren unterwegs natürlich allerlei komische Abenteuer und treffen komische Leute. Klingt jetzt alles sehr abstrus. Ist es auch. Es ist jetzt kein Science-Fiction-Film. Es ist reines Arthaus, Holzhammerbrett. Ganze 127 Minuten lang. Und ich hätte eigentlich, normal gehe ich nach einer halben Stunde von so einem Zeug sofort aus dem Kino. Aber irgendwie war ich so paralysiert, dass ich es nicht geschafft habe, den Absprung. Und nach 90 Minuten dachte ich mir, jetzt muss er doch endlich mal aus sein. Aber dass der noch 127 Minuten lang ist, wusste ich halt auch nicht. Und habe mich dann wirklich durch den ganzen Film gequält. Der so aussah vom Set-Design, als hätte irgendwie der Kunstleistungskurs meiner Gesamtschule das erstellt. Und das Ganze noch auf Französisch mit Untertitel. Ja, was soll ich sagen? Ich war danach so fertig, dass ich die nächsten Filme gar nicht mehr angeschaut habe, sondern ich musste nach Hause und mich betrinken. Und deswegen hast du dann die isländische Oscar-Hoffnung Lamp versäumt mit Nomi Rapaz. Ich glaube, der hätte mich dann komplett fertig gemacht, weil der Beschreibung nach soll es ja ein sehr langsamer Film sein. Da bin ich auch nicht so der Fan von. Also, wie gesagt, nach diesem Arthouse-Brett ging nichts mehr für mich. Aber das muss nichts heißen. Das muss um Gottes Willen nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Also, es gibt bestimmt Leute, die finden den Film geil und interpretieren da sonst sowas rein und finden das künstlerisch dermaßen wertvoll. Und mir fehlt da intellektueller Zugang. Deswegen will ich da gar keine Wertung geben. Es war nur einfach nichts für mich. Es war für mich einfach verschwendete Lebenszeit. Ja, der Film wird ja vom FFF oder wurde eher angepriesen als moderne Version von Barbarella. Ja, kann sein. Ich habe Barbarella auch nie gesehen. Aber ja, der sieht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Das wäre so aus den 60ern irgendwie. Und klar, die haben sich da in gewisser Weise auch schon Mühe gegeben. Aber es war halt einfach nichts für mich. Das war halt einfach verkopfte Kunstkacke, so wie ich das immer nenne. Und konnte damit nichts anfangen. Aber um Gottes Willen, wer bin ich, um zu richten? Es gibt bestimmt Leute, die finden das ganz großartiges Kino. Und wie gesagt, Arthouse-Freunde und Hardcore-Sineasten, die sollten sich denen vielleicht mal zugutetun. Also keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, also ich sehe gerade, das ist ja irgendwie eine größte Tatsache französische Produktion. Soweit ich weiß, hast du ja auch Titan gesehen. Und irgendwie klingt das, als hättest du mit dem so ein ähnliches Problem gehabt. Ja, grundsätzlich mit so Arthouse-Zeug. Also das ist einfach nicht meins. Und ja, Titan war ja auch ein französischer Film, der war im ersten Drittel noch für dieses Halbwegs geradlinig. Da hat er mir noch gefallen. Nur gegen Ende wurde es dann einfach nur noch unerklärlich und hatte keine richtige Handlung mehr. Und dieses After Blue hatte schon eine Handlung, eben mit, was so klingt wie so ein Sign-Siction-Märchen, so ein Fantasy-Dings. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, vielleicht kommt ja noch was Gutes. Man sitzt ja und hofft, ja, vielleicht passiert da noch was. Und ich gebe es auch zu, man hat auch ein bisschen nackte Haut gesehen, weshalb ich dann auch gedacht, ja, vielleicht bleibst du noch sitzen. Ich weiß nicht, das darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, so was. Aber das ist das FFF. Das ist eigentlich ein schmatteriges Genre-Festival, wenn du ehrlich bist. Ja, aber es wird da jeder bedient. Also wie gesagt, von dem hochkünstlerisch angesprochenen Intellektuellen bis zu den Splatterfreaks ist ja für jeden was dabei. Das ist ja das Schöne. Aber naja, wie gesagt, für mich war es nicht. Ich würde dem Film jetzt, keine Ahnung, einen blauen Planet von fünf geben, weil er einfach nichts für mich war. Aber es gibt bestimmt Leute, die geben dem Fünf von fünf. Keine Ahnung. Ja, ich bin bizarrerweise neugierig auf den gewordenen. Oh, was habe ich getan? Na gut, schauen die an. Ist auf der Liste, Thilo. Du bist schuld, wenn ich mich danach betrinken muss. Nee, bin ich nicht. Ich habe dich gewarnt. Ja, ja. Du, wer weiß, vielleicht findest du das der geilste Film, den du je gesehen hast. Das kann sein. Ja, es ist immer so eine Frage zwischen genial und genial daneben. Manchmal sind auch so Filme, die beides zugleich sind und dann irgendwie zugleich nichts. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Da kann man jetzt eigentlich auch eine ganz gute Überleitung schaffen, weil das Vorbild für After Blue war ja Barbarella, legendärer Trash-Film eigentlich. Und anderer Film, den du auch gesehen hast, namens Craps, wird auch so umschrieben, als könnte er aus der Feder des legendären Trash-Filmers Roger Corman stammen. Jedenfalls, wenn es nach dem FFF geht. Ziehst du da mit oder worum geht es hier überhaupt genau? Also, ich ziehe da nicht mit, weil Roger Corman hatte da schon irgendwie noch andere Ansprüche. Auch wenn das natürlich auch trashig war, was der gemacht hat. Craps kam übrigens vor After Blue. Also, an dem Tag habe ich diese zwei Filme gesehen. Das hat dann eben auch so ein bisschen gereicht. Bei Craps, da hat man natürlich jetzt auch nichts anderes als Trash erwartet. Denn es geht darum, ein verschlafenes Küstenort in den USA wird von verstrahlten Monster-Krabben heimgesucht, die auch dann immer größer werden. Und irgendwie der kleine Nerd-Junge, der im Rollstuhl ist mit seiner Schulfreundin und seinem Bruder, der kiffende Deputy, die versuchen, diese Invasion eben dann aufzuhalten zusammen. Also, so bekannt, so schon mal gesehen mit allen möglichen Viechern. Und ich habe mir dann ein richtiges Trash-Fest erwartet, was am Anfang auch so in den ersten Minuten vor den Credits auch so tatsächlich geliefert wird. Also, mit viel Kunstblut und Gore und nackter Haut und so. Und dann hat er es aber nicht halten können, was er verspricht, der Film. Der war dann zu trashig tatsächlich. Der war zu billig, zu schlecht gemacht, zu schlecht gespielt, zu schlecht geschrieben und auch zu kindisch irgendwie. Das war, als wäre es irgendwie von Kindern für Kinder so ein bisschen gemacht. Wenn Kinder sagen, wir machen jetzt mal was für Erwachsene oder so. Okay. Hatte auch zu wenig Sinn und Verstand. Ja, ich erwarte keine Logik bei Trash-Filmen, aber es war dann so, das hat halt nicht gepasst, weil dann, da ist eine Stelle, da ist der Deputy mit dem Sheriff am Strand und dann finden sie eine Höhle und da sind lauter abgetrennte Gliedmaßen und dann finden sie eine Frau, der das Auge raushängt und die da grabs, grabs. Und er schreit nur, Sheriff, Sheriff. Und dann ist ein Schnitt und du siehst ihn, wie er gerade aufsteht und sich ein Joint anzündet und die Szene wird nie wieder irgendwie erwähnt. Also, als hätten sie das gedreht und dann irgendwie, hat es aber nicht ins Drehbuch gepasst, aber dann haben sie es doch reingeschnitten, weil sie diese abgetrennten Gliedmaße zeigen wollten. Okay. Auf jeden Fall, dann gibt es da auch so ein, ich glaube, es soll so ein ostdeutscher Austauschschüler sein, der Radu, der dann so der Comic Relief sein soll, der halt auch immer so spricht mit schlechtem Englisch und so und der aber dann so overacted und so viel, viel zu viel Screentime kriegt und einfach gar nicht lustig ist und nur noch nervt irgendwann, das hat halt auch null funktioniert. Auch das Timing ist einfach schlecht in dem Film von den Gags, ja. Der Schnitt ist nicht wirklich gut. Also, und die Effekte sind am Schluss halt so trashig, dass du dann denkst, okay, das ist jetzt fast echt too much. Ja, die haben da bestimmt mit Herzblut den Film gemacht. Das waren irgendwelche Leute, die sich kennen, glaube ich, die haben gesagt, hey, wir machen mal so einen trashigen Film. Und er hat so ein, zwei, drei nette Szenen und nette Gags. Aber insgesamt war es einfach ein mieser Film, der auch Trash-Fans schon einiges abverlangt. Also, dem würde ich auch nur zwei Monsterkrabben von fünf geben. Oh, weia. Ja, ich amüsiere mich schon die ganze Zeit so ein bisschen über den Namen des Regisseurs. Der hat den wirklich, wirklich goldigen Namen Pierce Birolsheimer. Oder so eh. Ja, Birolsheimer. Der hat dann auch eine kurze Message am Anfang des Films an die Zuschauer gebracht und gesagt, er hat zwar so einen deutsch klingenden Namen, aber er kann kein Deutsch. Okay, weil ab und zu sind ja beim FFF auch mal irgendwie Leute dann mal auch irgendwie zu so Meet & Greet oder sowas, glaube ich. Ja, 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 klar. Aber diesmal waren dann, wenn welche da waren, dann in Berlin. Na, außer ein Schauspieler von Gunpowder Milkshake war sogar dabei, aber der wohnt auch in München. Ach so. Okay. Heimspiel also. So ungefähr. Konnte aber auch kein Deutsch. Okay. Wer war das? Und du warst Neugierde? Ich weiß nicht, einer von diesen, hast du den gesehen, den Film? Nee, nee, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ach so, dann bringt es dir eh nichts zu sagen, wer das war. Also, ich weiß nicht, wie der heißt. Okay. Okay, aber zu Craps noch mal abschließend. Also, wirklich hartgesottene Trash-Fans können da mal einen Blick riskieren. Aber der ist schon extrem trashig und macht viel falsch einfach. Was ich schade fand, weil so zuerst habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht es wirklich so richtig in die Trash-Granate rein. Und dann, na ja, war der einfach zu schlecht irgendwie. Schade. Okay, dann würde ich sagen, schreiten wir weiter voran. Aus Trash-Gefilden, ja, weiß ich nicht, in Trash-Gefilde. Auf jeden Fall verschickt es uns nach Irland. In Let the Wrong One In ist, soweit ich weiß, eine Vampir-Invasion. Ist übrigens von dem Regisseur, der auch Stitches gemacht hat mit diesem Killer-Clown. Der war auch auf dem Fantasy-Filmfest, falls du von dem mal gehört hast. Der war auch ein Highlight damals. Und Let the Wrong One In, Moment, vielleicht kann ich auch mal kurz sehen, wie denn der Regisseur noch mal heißt. Connor McMahon, genau. Der hat diesmal auch wieder abgeliefert. Denn Let the Wrong One In war absolut auch ein Highlight dieses Jahr. Eine wunderschöne Vampir-Splatter-Komödie mit gut aufgelegten Darstellern, guten Effekten und sehr viel wirklich originellen Ideen. Er ist so ein Jugendlicher in Dublin, der also ein bisschen in so einer sozialen Unterschicht ist irgendwie. Er lebt bei der Mutter und eines Tages kommt dann der verstoßene große Bruder von ihm, steht vor der Haustür und ist irgendwie seltsam drauf. Und irgendwie die Sonne verbrennt seine Haut plötzlich. Und er kann nur noch, wenn er eingeladen wird, eintreten. Und im Spiegel sieht man ihn auch nicht mehr. Also irgendwas ist falsch mit ihm. Und man kann sich ja denken, er ist wahrscheinlich ein Vampir. Und ja, dann wird Dublin von einer Vampir-Invasion geplagt. Und es taucht dann ein Vampirjäger auf, gespielt von großartigen Anthony Stewart Head. Wie man vielleicht aus Buffy kennt, als den Wächter von der Buffy. Und hat auch einen großen Spaß anscheinend, an diesem Film mitzuwirken. Und ja, die versuchen dann eben diese Vampir-Invasion aufzuhalten. Und da geht es wirklich, ja, Hals über Kopf mit viel Kunstblut und auch abgetrennten Gliedmaßen. Und wie gesagt, sehr, sehr originellen Ideen und sehr viel Spaß geht es durch diesen Film. Und der ist wirklich, ja, ein unglaublich origineller Popcorn-Horror. Ja, bisschen Komödie natürlich auch. Also viel zu lachen und viel Blut spritzt herum. Und macht einfach Spaß, der Film. Ist also auch so ein richtiger Partyfilm, den man durchaus mit Kumpels und viel Bier sehr genießen kann. Ja, ich lese jetzt hier gerade, das FFF hat es irgendwie so als Crowd-Pleaser beschrieben. Slapstick, Scham und Gore sprühender Crowd-Pleaser. Aber so wie du es jetzt beschreibst, klingt es, weil Crowd-Pleaser ist ja eigentlich eher so ein, ja, oft eher negativ besetztes Wort. Aber hier klingt es jetzt eigentlich eher, ja. Nee, das ist, Crowd-Pleaser nennt man beim FFF schon die, wo dann während der Vorführung die Leute echt so eine halbe Party feiern. Weil es einfach so Spaß macht, Leute gut drauf sind und einfach eine gute Zeit haben im Film. Ja. Und da gehört der auf jeden Fall dazu. Also es ist wirklich einer der wirklich besten Horror-Komödien der letzten Zeit, kann man sagen. Sehr solide gemacht. Ja, und bewertungstechnisch würde ich dem dreieinhalb Holzpflöcke von fünf geben. Dreieinhalb bis vier, ja. Mhm. Also genre-technisch natürlich. Ja gut. Es gibt bestimmt Leute, die den Film total scheiße finden würden und albern. Aber das ist ein Genre, das ist Blätter-Vampir-Komödie, das muss man halt wissen, sowas muss man mögen. Und dann hat man auch eine gute Zeit, weil es gibt mittlerweile auch so viele schlechte oder einfach durchschnittliche, so Horror- oder Splatter-Komödien, da sticht der ja schon hervor, das muss man sagen. Ja, ich muss jetzt auch gerade echt überlegen. Ich meine, ja gut, in meinem Extrem-Überschau-Wagen, FFF-Oeuvre, müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, ob ich schon, ah doch, doch, stimmt, ich habe vor zwei Jahren beim ersten Special habe ich eine Komödie gesehen, eine Horror-Komödie, Porno hieß der. Ach Gott, der war aber nicht gut. Ich mochte den tatsächlich, aber so ein Guilty-Pleasure-Film, der hat aber bis heute, glaube ich, hier noch keinen Verleih gefunden. Doch, ich habe neulich irgendwo gesehen, wo der auftauchte, bei irgendeinem Streaming-Dienst oder so. Ah. Den gibt es auf jeden Fall jetzt irgendwo zu holen, aber ich fand den ziemlich unterdurchschnittlich, aber naja. Okay. Dann, wie sieht es denn aus mit deinem nächsten Titel, Raging Fire? Da weiß ich tatsächlich gar nichts drüber. Weiß gar nichts drüber? Okay, das ist, ja, mal wieder ein schöner Hongkong-Actioner, wie man ihn eigentlich schon lange nicht mehr so gesehen hat. Also, es ist klassische Hongkong-Cop-Geschichte, der Detective Bong, ja, der heißt wirklich so, da musste ich dann auch öfter mal schmunzeln. Der Detective Bong ist natürlich so ein rechtschaffender Bulle mit einer schwangeren Frau, wie sich das immer gehört bei diesen asiatischen Filmen, der seine Einheit straff, aber fair führt. Und eines Tages da soll er zu einem großen Razzia und wird dann aber von Vorgesetzten daran gehindert, weil die korrupt sind und dann kann er da nicht hin. Und aber der Rest der Crew, die da landet, gerät in einen Hinterhalt und fast alle werden abgemeuchelt. Und dann haben sie es plötzlich in der Stadt mit einer Bande zu tun, die eben Polizisten umbringt und sie haben keine Ahnung, wer dahinter steckt. Und das geht dann bis in die Vergangenheitsgeschichte des Detektives, was früher passiert ist. Und auf dem Weg dahin ist jede Menge Action, so wie man es, wie gesagt, schon länger nicht mehr so gesehen hat aus Hongkong. Inzwischen kamen ja diese ganzen asiatischen Actionfilme eher aus Korea. Aber der ist so richtig ein bisschen oldschool. Es ist auch der letzte Film von Benny Chan, dem berühmten Action-Spezie, der ist dann verstorben. Prominent besetzt mit Donnie Yen, dem Martial-Arts-Star. Und es gibt wunderbare Shootouts, wie man sie eben so auch lange nicht mehr gesehen hat. Eine Straßenschießerei, die sehr an Heat erinnert von Michael Mann. Und am Schluss gibt es eine ganz tolle Martial-Arts-Schlacht zwischen dem Oberbösewicht und unserem Helden, die man auch selten so mal wieder gesehen hat. Also für Asia-Action-Fans, die mal wieder so einen richtigen Hongkong-Kracher sehen wollen, absolut sehenswert, kriegt von mir drei Magazine von fünf. Das klingt doch gar nicht schlecht eigentlich. Ja, hat mich positiv überrascht. Letztes Jahr war, glaube ich, auch so ein Hongkong, war das Hongkong, ich glaube eher Südkorea, The Beast, den hatte ich, glaube ich, gesehen letztes Jahr. Und auch hier besprochen. Das war ironischerweise das Remake eines französischen Films. Ah ja. Also manchmal geht es auch umgekehrt. Okay, warum auch nicht. So, und damit bleiben uns noch zwei Filme, die der Thilo gesehen hat. Und bevor ihr euch wundert, warum ich jetzt deutlich besser zu verstehen bin, wir hatten bei der ersten Aufnahme einige technische Probleme. Dank Thilo hatten wir aber noch ein Backup, was wir euch einspielen konnten. Aber jetzt natürlich in der gewohnten Qualität geht es weiter. Der Thilo ist auch immer noch hier. Jawohl. Und erzählt uns jetzt was über Sweetie You Won't Believe It, den du auch gesehen hast. Worum geht es hier? Sweetie You Won't Believe It, ja, schöner Titel. Und interessant, der Film ist aus Kasachstan. Ja, nicht nur Borat kommt aus Kasachstan, auch solche Filme. Und es ist der erste kasachische Film auch überhaupt sehr auf dem Fantasy Filmfest lief. Und es ist auch der erste kasachische Film, den ich überhaupt gesehen habe. Und ja, worum geht es? Es geht um einen jungen Typen, der hat eine nervige, schwangere Freundin. Und will der so ein paar Tage entfliehen mit ein paar genauso nichtsnutzigen, durchgeknallten Freunden und eine Angeltour machen. Und da sind sie voll in der Pampa und werden dann Zeuge eines Mordes von so ein paar Ganoven, die dann hinter denen her sind, weil sie natürlich Zeugen sind. Stolpern dann allerdings noch über so einen völlig durchgeknallten Serienkiller oder Massenmörder oder keine Ahnung, der hinter den beiden dann her ist. Und es wird ziemlich wild, ziemlich splatterig und ziemlich lustig. So viel kann ich verraten. Das klingt echt super. Tatsächlich. Und aus einer völlig unerwarteten Richtung, ne? Ja, ich hätte jetzt nicht viel erwartet von dem Film, weil ich gedacht habe, die haben den wohl ins Programm genommen, weil so das Einzige, was originell an dem Film ist, dass er eben aus Kasachstan ist, hat man ja öfters so wie bei In drei Tagen bist du tot, diesen Slasher-Film, der als einziges Originelles hatte, dass er aus Österreich war, aber sonst halt hundertmal schon gesehen sowas. Aber der Film, der hat tatsächlich richtig funktioniert, der war richtig gut inszeniert, war natürlich völlig überdreht, so ein bisschen mit Overacting, aber das hat da gepasst, weil diese Charaktere waren wirklich total durchgeknallt, aber liebenswürdig und liebenswert. Und die Effekte waren gut und es war straff produziert. Viele originelle Ideen, zum Beispiel haben die dann beim Angeln so aus aufblasbaren Sexpuppen ein Floß gebastelt und so. Also sowas haben wir teilweise noch nie gesehen und du weißt auch nie, was als nächstes passiert in dem Film. War für mich tatsächlich eines der Highlights und ein richtiger Crowdpleaser. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort. Ja, ich lese ja auch gerade der, ja gut, das Fantasy Film Fest ist natürlich immer die Frage, wie das hier beschrieben wird, aber hier scheint das Versprechen tatsächlich eingelöst zu werden, dass das mehr oder weniger ein ganz schöner Geheimtipp ist. Also der klingt wahnsinnig spaßig, muss ich zugeben. Ja, ist er tatsächlich auch und über den würde man wahrscheinlich sonst so gar nicht stolpern, wenn der jetzt nicht ins Programm aufgenommen worden wäre. Der wird wahrscheinlich nicht mal bei einer Direct-to-Streaming-Dienst, wird er wahrscheinlich irgendwo im hintersten Menü versauern. Aber der macht richtig Spaß, ist auch wirklich so ein Film mit Popcorn-Chips und Bier und ein paar Kumpels und kann man den echt, echt gut wegschauen. Jetzt schauen wir mal, ob die eine ordentliche Synchro spendiert bekommen, das wäre wünschenswert. Fantasy Film Fest läuft ja alles im Original mit Untertiteln, also hier habe ich den auf, was spricht man in Kasachstan, Kasachisch wahrscheinlich, mit englischen Untertiteln. Aber trotzdem hat der echt funktioniert, der hat richtig Bock gemacht. Also bin ich echt mit einem breiten Grinsen aus der Vorstellung rausgegangen. Ja, dann setze ich mir den auf jeden Fall mal auf die Liste. Ich meine gut, das ist ja, also hört man ja auch bei dir raus als Veteran der ganzen Veranstaltungen, dass das Fantasy Film Fest natürlich auch immer so Licht und Schatten hat. Aber ich glaube, gerade solche Filme, so kleine Genreperlen, die entdeckt man halt wirklich nur hier für sich. Da ist einfach vieles zu finden durch diese Vorauswahl der Fantasy Film Fest Macher, da bin ich denen eigentlich schon ganz dankbar, dass sie da immer so aussieben, was die richtigen Gurken sind und was die Sachen sind, die man sich echt anschauen kann. Und ja, da entdeckt man halt wirklich solche Genreperlen, die ansonsten durchs Raster fallen würden. Und da haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung. Moment, Moment. Ich muss natürlich noch eine Bewertung abgeben. Ach, sorry, sorry. Und zwar gibt es 3,5 bis 4 Gummipuppen für diesen Film von mir. Gummipuppen, die zu einem Flößen funktionieren. Verarbeitet werden. Gummipuppenflöße. Genau. Um Gottes Willen ist der Film natürlich auch nicht für alle. Alle, die eher so trashige Splatter-Komödien, die wirklich gut und witzig sind, mögen, die sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen. Okay, dann kann ich jetzt mit meiner Überleitung kommen. Jetzt mach mal. Ein Film, der in Genre-Kreisen schon ziemlich hoch gehandelt wird und den du auch schon als dein persönliches Highlight, glaube ich, angeteasert hast. Und wo ich wirklich, Gott sei Dank kann man es nicht sehen, aber ich bin gerade grün vor Neid geworden. Platz dir auch das Hemd auf gleich? When I get mad, I turn green. Lirum Larum, du hast das Genre-Wunderwerk The Sadness gesehen aus Taiwan. Das ist korrekt. Und ich kenne einige, die mich schon drum beneidet haben. Ich habe einen Kollegen in der Arbeit, der schon gemeint hat, ich habe ihm gesagt, ey, Freddy, absolutes Highlight vom FFF. Er so, ja, ich wollte hin, habe keinen Babysitter bekommen, verdammt. Ja, und The Sadness, ja, tatsächlich, ich meine, es hätte ja auch so eine Luftblase sein können, dass alle drüber reden, aber dann war es wieder so ein Vorzug. Ja. Hätte ja sein können, war es aber tatsächlich nicht. The Sadness, absolutes Brett, absolut das Splatter, Knaller, Kracher, einer der härtesten Filme überhaupt auf dem FFF und für viele Jahre. Und, ja, kommt aus Taiwan, allerdings von einem kanadischen Regisseur, der heißt Rob Jabez. Und, ja, da geht es richtig zur Sache. Also, es ist jetzt von der Handlung nicht wirklich so wahnsinnig originell in Taiwan. Ein junges Pärchen auf dem Weg zur Arbeit und es ist so irgendein neuartiger Virus, von dem keiner irgendwie was weiß. Also, sehr Richtung Corona auch geschuldet, natürlich, von der Thematik her. Ja, allerdings, dieser Virus verwandelt alle dann nicht nur in Zombies oder nicht nur in Infizierte, wie bei 28 Days Later, sondern also in richtig mies Infizierte, weil diese Infizierten, die nicht einfach so wahnsinnig durch die Gegend rennen und alles umbringen wollen, sondern die können noch logisch denken, sind aber völlig sadistisch veranlagt und killen und foltern nicht nur, sondern vergewaltigen auch und können sich auch zusammenrotten, um die nicht Infizierten dann zu jagen und zu quälen und zu töten. Also, es ist eine Schlachtplatte par excellence, allerdings jetzt nicht, ich sag mal, nicht anspruchslos, sondern da ritscht schon das Blut in Fontänen und es ist richtig derb, aber es ist kein anspruchsloses Machwerk, sondern der hat schon, der ist schon erstmal straff auch, straff organisiert und produziert. Und ja, er ist jetzt kein Splatterwerk um des Splätterns willen, sag ich mal, sondern der hat auch schon eine Aussage auch und ist ja in der Hinsicht einfach eines der besten Machwerke in dieser Art, die ich seit langem gesehen habe. Und ja, war das absolute Brett des Festivals und jeder, der stabilen Magen hat und auf sowas steht, dem sei der Film ans Herz gelegt. Und Qualitätsmerkmal, der Film ist ja schon zweimal durch die FSK gerasselt, also er wird ungeschnitten in Deutschland nicht mal ein 18er Gütesiegel bekommen. Also holt euch den Film aus Österreich oder irgendwas anders her. Auf jeden Fall ungeschnitten natürlich, weil Fans der härteren Kost für dieser Film wirklich ans Herz gelegt. Und du hattest jetzt, also nicht nur, dass du ihn im Kino sehen konntest, sondern du hast ihn auch wirklich völlig uncut gesehen dann, ne? Der, also FFF kriegst du, glaube ich, gar nichts cut serviert. Das haben die sich auf die Fahnen geschrieben. Ja gut, das ist dann natürlich auch ein Qualitätssiegel sozusagen, ne? Fürs FFF auf jeden Fall, ja. Ja, und es ist ja auch wirklich ausdrücklich, das hast du ja, glaube ich, auch schon öfters mal gesagt, es ist wirklich ausdrücklich ein Filmfestival für Erwachsene, ne? Genau, also unter 18 kommt da auch keiner rein, das wird auch streng kontrolliert. Und ich bin ja auch erst dabei, seit ich darf im Grunde. Also seit ich 18 bin, gehe ich auf das FFF. Vorher ging es halt einfach gar nicht. Deswegen kann ich leider nicht sagen, ich bin noch, noch länger dabei, also von Anfang an, als es das das erste Mal gab. Das erste Mal gab es das ja auch in Hamburg, da hätte ich eh nicht hin. Also insofern, seit es in München ist, aber ne, seit es in München ist und ich 18 bin, bin ich auf dem Fantasy-Filmfest. Und die wissen schon, warum sie das stark, eh, Jugend beschränken. Also da könnten sie sonst Ärger kriegen. Ja, gut, natürlich. Okay, möchtest du noch so ein allgemeines Fazit ziehen über diese Saison sozusagen? Das kann ich gerne machen. Es war alles ein bisschen anders als sonst mit eben 3G-Überprüfung und so weiter. Was allerdings jetzt für die Dauerkartler nicht so schlimm war. Die wurden halt einmal überprüft und dann haben sie halt gewusst, dass wir das sind und wir ja schon überprüft wurden. Die kennen dich schon. Genau, die haben wir dann natürlich schon. Und das Kino, diesmal im Rio eben, das war jetzt nicht das Schlechteste von der Sicht her, besser als das Cinema, aber von mir aus gesehen schlechter zu erreichen, da musste ich schon mit der S-Bahn hin. Zum Cinema kann ich sogar laufen von meiner Wohnung aus. Deswegen war das so ein bisschen Minuspunkt. Aber es hat wieder wahnsinnig Bock gemacht, einfach im Kino zu sitzen und diese Genre-Filme anzugucken mit Gleichgesinnten. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so viel sehen können aufgrund eines Todesfalls in der Familie. Musste ich dann auch früher los und den Abschlussfilm zum Beispiel konnte ich nicht gucken. Aber die Filme, die ich gesehen habe, da waren die meisten wirklich gut oder okay und wirklich nur ganz wenig. Also nur dieser Afterblue eigentlich, mit dem ich halt nicht anfangen konnte und der Craps, der halt enttäuscht hat. Aber sonst waren alle Filme eigentlich sehenswert, die ich gesehen habe und hat mir ein absolut positives Fazit für das Festival diese Saison eigentlich gegeben. Okay, also hattest du diesmal nicht ganz so viele, weil ich glaube, die Kategorie hast du sogar mal in irgendeinem anderen FFF-Cast für dich so aufgemacht. Filme der Kategorie. Hätte man mehr draus machen können? Das stimmt, das ist ein großes Problem beim FFF, dass du diese Kategorie hast, wo du sagst, jetzt waren eigentlich alle Sachen dabei, die man braucht für einen guten Film, nur ein gutes Drehbuch war halt nicht dabei. Und man weiß ja von Billy Wilder, für einen guten Film brauchst du drei Sachen, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch und ein gutes Drehbuch. Und wenn du das nicht hast, dann kann schon mal von vornherein nichts draus werden. War diesmal nicht so. Aber vielleicht habe ich einfach die Filme nicht gesehen, bei denen es dieser Fall gewesen wäre. Also ich versuche jetzt auch dann teilweise mir ein paar Sachen rauszusuchen, wo ich sage, okay, das klingt von der Beschreibung jetzt so, als könnte ich eh nichts damit anfangen. Dann gehe ich auch gar nicht erst rein, weil dann gehe ich lieber zwischen zwei Filmen was essen in Ruhe und dann in den nächsten Film, statt mich da durchzuprügeln durch fünf Filme. Und davon waren dann drei irgendwie welche, mit denen ich nichts anfangen konnte. Also da bin ich jetzt auch, das ist halt die Freiheit, die du hast mit der Dauerkarte, dass du auch sagen kannst, ich gehe jetzt mal in den Film einfach nicht. Und es tut mir nicht weh finanziell zum Beispiel. Oder es ist mir einfach egal. Ach Gott, irgendwann möchte ich ja doch mal hin. Ich meine, ich habe ja bisher wirklich nur über Pressescreener dran teilgenommen. Ja, also mach das. Kann ich nur empfehlen. Das ist großartig. Ja, vielleicht mal nächstes Jahr irgendwie nach Köln oder so. Also München werden wir uns wahrscheinlich so schnell nicht treffen. Ja, ist ein bisschen weiter. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende, Thilo. Jo. Hat mich sehr gefreut. Ebenfalls. Danke für das Ausfragen. Ja, gerne. Immer gerne zum FFF. Ja, also bitte beim FFF, egal in welcher Form, darfst du nicht fehlen. Jetzt mal wirklich. Bin mal gespannt. Jetzt müssen ja eigentlich, jetzt hat sich ja alles so verschoben, die FFF Knights und die FFF White Knights sind ja eigentlich um diesen, diese Jahreszeit schon eigentlich immer angesagt. Bin jetzt gespannt, wann die jetzt dann ins Programm kommen oder ob sie überhaupt ins Programm kommen. Hast du noch nichts von gehört? Nee, aber jetzt weiß man ja auch nicht. Vielleicht machen sie auch die Kinos wieder zu. Das kann ja alles passieren. Das kann alles passieren. Er ist richtig angesichts der aktuellen Lage. Aber man hofft mal auf das Beste und man macht das Beste draus. Thilo war sehr schön. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dann bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Im Zwei-für-Zwei-Bis-Zum-Nächsten-Jahrgang. Vielleicht dann schon bei den Knights. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Genau. Ansonsten natürlich noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen, die jetzt wahrscheinlich hier im Anschluss kommen werden. Einmal zu Knocking und einmal zu The Spine of Night. Oh, Knocking habe ich auch gesehen. Ja, Knocking habe ich nicht gesehen. Da habe ich nur zu ausgekünscht. Ja, den habe ich auch gesehen, weil es ein schwedischer Film ist und ich bin ja auch halb Schwede. Deswegen war das immer ganz nett, mal wieder in der Muttersprache zu hören. Da kommt der Nationalismus durch hier. Und damit verabschieden wir uns. Mach es gut. Alles Gute. Ciao. Also dann. Mach's gut. Ciao. So. Und bevor ich jetzt irgendeinen abgenudelten Klopf-Klopf-Wer-Ist-Da-Witz bringen muss, heißt es Hi, ich bin der Dom. Und bei mir ist der Marco. Hallo. Und du erzählst uns was über den Film Knocking, der auf dem Fantasy-Film festläuft. Den hast du gesehen, ich nicht. Sag mal, worum geht's? Und ohne blöde Klopfer-Witze bitte. Ich kann eh keinen Klopf-Witz. Also von daher. Gut, es gibt auch nur einen und der ist immer gleich. Egal. Fass ich dann mal kurz die Handlung zusammen. Unsere Protagonistin, die Molly, verlässt auf eigenen Wunsch nach einiger Zeit die Psychiatrie. Sie fühlt sich wieder bereit, in das Leben zu treten und bezieht ein kleines Apartment in so einem Plattenbau. Kaum dort angekommen, nimmt sie halt so ein dumpfes Klopfen wahr. Und das kommt halt immer wieder. Und sie weiß halt nicht so wirklich, wo kommt das genau her? Wer ist das? Sie vermutet Leute, kommuniziert mit diesen Leuten, fragt rum, was ist dieses Klopfen? Niemand glaubt ihr oder niemand will's sein. Und das steigert sich. Irgendwann nimmt sie halt Schreie wahr. Und das Klopfen wird döller und lauter. Und wie gesagt, sie holt auch unter anderem auch die Polizei zur Hilfe. Aber niemand glaubt ihr. Aber sie lässt nicht locker und sucht nach Antworten und bohrt immer tiefer und sucht nach der Wahrheit. Aber lässt nicht nur uns zweifeln, sondern auch sich selber zweifeln. Ist es jetzt die Wahrheit oder was ist die Wahrheit? Oder ist es alles nur Wahn oder Vorstellung ihrerseits? Genau. Der Film, der lief ja bereits schon auf dem Sundance Film Festival, soweit ich weiß. Tatsächlich auch in der offiziellen Auswahl ist ein schwedischer Film. Genau. Mit dem schön klingenden Titel Knackninga. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist von einer Regisseurin Frieda Kempf, die bisher so eher aus dem Kurzfilmbereich kommt. Oder Dokumentarkurzfilmbereich. Ich muss zugeben, so die Prämisse, die du jetzt erklärst, also es klingt natürlich nach relativ, in Anführungsstrichen, klassischen Paranoia-Psycho-Thriller. Jetzt ist so die Frage unter dem Gesichtspunkt, dass das eigentlich eine Kurzfilmmacherin ist. Also es klingt für mich wie eine Idee, die eher als Kurzfilm funktionieren würde. Oder wie ist das? Weil der Film ist ja, 80 Minuten geht der glaube ich nur, aber als Kurzfilm zählt das ja trotzdem nicht, ne? Nee, er ist schon recht knackig und ich glaube, der funktioniert auch in dieser Länge. Ich glaube, viel länger muss man sowas aber auch nicht hinaus zögern. Also weil sie auch nicht die mega neuen Ideen dazu bringt. Und generell ist der Film eher so ein Slowburner, würde ich mal sagen. Also er ist relativ behäbig, er braucht lange, um wirklich Fahrt aufzunehmen. Und da liegt halt vielleicht auch eher noch so mein Kritikpunkt, aber sie versucht halt so mit gewissen Spielereien dort immer einen Drive, sag ich mal, reinzubringen oder uns abzuholen. Wo sind wir jetzt gerade? Sind wir gerade in dieser Paranoia-Phase mit drin? Sind wir gerade in einer relativ klaren Phase ihrerseits oder sowas? Also die Regisseurin spielt schon mit der Kamera, ne? Also du hast halt, ja, mir fällt halt, jetzt will ich nicht damit vergleichen, aber so ein Gaspar Noé zum Beispiel, der halt, wenn es wirklich krass in diesen Wahn geht, da dreht sich die Kamera, keine Ahnung, in 360 Grad immer wieder herum oder sowas. So krass ist es hier jetzt nicht. Aber sie spielt schon ein bisschen auch mit der Lichtstimmung, sowas alles. Ja, funktioniert schon. Spielt dann wahrscheinlich auch mit der akustischen Ebene, könnte ich mir vorstellen, ne? Ja, schon, aufgrund des Klopfzeichens halt einfach, ne? Also ich stelle mir das schon mega nervig vor, wenn du irgendwie andauernd ein Klopfen hörst oder sowas. Und ich glaube schon, dass du auch in gewisser Art und Weise verrückt werden kannst dabei halt, ne? Also es gibt ja auch so eine Foltermethode und lass dir ein Tropfen Wasser irgendwie die ganze Zeit auf den Kopf tropfen oder sowas. Das macht die Leute schon verrückt. Und wenn du nicht weißt, wo das herkommt, das kann ich schon mega abfacken halt einfach. Aber so ganz rüber kam das alles nicht bei mir. Also so hundertprozentig bin ich da nicht ganz mitgegangen. Woran liegt das? Dass diese Paranoia, dass das für dich nicht überzeugend ist oder liegt das vielleicht auch an der Hauptdarstellerin? Nee, die Hauptdarstellerin fand ich super. Die hat das wirklich ganz toll gemacht. Die habe ich das auch abgekauft. Einfach, ja, die Art und Weise, wie es erzählt wurde. Ich habe zwar den Stil irgendwo ja gelobt, aber wie gesagt, gleichzeitig ist es vielleicht auch der Kritikpunkt dann auch nochmal wieder, weil das halt zum Ende dann doch zu viel Wirr war, war einfach. Also sie versuchte sich halt viel. Zum Ende hat es es dann meiner Meinung nach nochmal deutlich übertrieben. Und dann wurde es halt einfach zu viel Ausprobiere und zu visuell überfrachtet dann teilweise auch. Ja, ich muss gestehen, so von der Grundprämisse, also dieses Klopfen, das erinnert mich so ein bisschen an das, was zum Beispiel Leute beschreiben, die Tinnitus haben. Die haben ja irgendwie so ein durchgehendes Summen oder was auch immer im Ohr. Also so ähnlich muss ich mir das vorstellen. Es ist dann wahrscheinlich auch ein Prozess, der wahrscheinlich dann im Verlauf des Films auch immer schlimmer wird, denke ich mal. Aber da ist dann, wie ist das mit der Spannung? Also kann man sagen, dass mit dem Klopfen auch die Spannung sich sozusagen simultan erhöht? Oder ist das, weil du meintest ja schon, das ist ein Slow Burner. Das heißt dann ja auch so ein bisschen, dass so das Pacing auch ein bisschen schwierig ist, ne? Genau, also das Pacing war am Anfang sehr behäbig. Aber wie gesagt, das Klopfen war jetzt ja nicht das Einzige, ne? Sie hat ja auch Schreie gehört, hat dann halt Leute verdächtigt, sie geht davon aus, da wurde jemand ermordet und sowas. Also ist ja nicht nur das Klopfen. Ich glaube, hätte man mit dem Klopfen und mit dem Takt dann des Klopfens das Tempo angezogen, hätte es vielleicht besser funktioniert, als noch viele weitere, sag ich mal, akustische Störgeräusche für sie jetzt irgendwie einzubauen oder sowas. Ja, vor allem, das geht ja dann eigentlich auch irgendwie weg von der Grundidee, die dem Film auch so ein bisschen den Namen gibt, ne? Das, ich meine klar, dass dann immer mehr dazukommt, dass dann die Paranoia auch steigert, aber es hätte ja Potenzial gehabt, mit diesem Klopfen tatsächlich wirklich zu arbeiten und das dann, also damit die Person auch richtig zu quälen, ne? Da scheint mir dann irgendwie dann doch Potenzial verschwendet zu haben. Hast du noch was zum Film, was du loswerden möchtest oder möchtest du dein Fazit abgeben, am besten in Klopfzeichen? Ja, ich gebe gerne mein Fazit ab. Ich vergebe Knocking wohlgemeinte zwei von fünf Klopfzeichen, da es für mich tatsächlich nur so ein mittelmäßiger Thriller war und teilweise wirklich sehr gute Ideen hatte und Elemente hatte, die mir halt wirklich gut gefallen haben. Wie ich es schon gesagt habe, dieses Klopfzeichen, das hat Potenzial für deutlich mehr gehabt, auch für mehr Spannung gehabt und der Stil war für mich jetzt auch nicht so ganz eindeutig, sodass sie mich halt wirklich, also die Regisseurin dann im Endeffekt halt irgendwo im Film nachher verloren hat. Ja. Okay, ja gut, das klingt so ein bisschen nach typischen Kinderkrankheiten von einem Debüt. Ja. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, also völlig uninteressant klingt es jetzt nicht. Nein, ist es auch nicht. Der Trainer sah auch nicht schlecht aus. Ihr könnt euch aber gerne eine eigene Meinung bilden natürlich auf dem Fantasy-Filmfest. Marco, herzlichen Dank an dich. Gerne. Ja, bis demnächst. Vielleicht haben wir uns ja nicht erst in einem Jahr. Ciao, ciao. Genau. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Die 80er, 90er sind gerade wieder in und diesmal in Geronimo's Cadillac. Bei mir sitzt in einem Ballon-Seidenen-Trainingsanzug mit Nora Ketschen, der Dom. Hallo. Moin, moin. Geile Antwort. So, dann, wir besprechen heute also, ich habe ihn nicht gesehen, aber der liebe Dominik hat es getan, den Animationsfilm The Spine of Night. Genau. Um was geht's denn da? Worum geht's? Das ist eine gute Frage. Sind mehrere Episoden eigentlich, die sich alle um Magie und Macht drehen in einer düsteren Fantasy-Welt, die so ein bisschen an The Witcher erinnert, auch ein bisschen an Game of Thrones. Also, um's kurz zu machen, das ist eigentlich ein bisschen Game of Thrones als Zeichentrickfilm und nicht nur, was die Elemente angeht, auch wenn hier relativ viel Magie im Spiel ist im Gegensatz zu Game of Thrones, sondern auch die Gewalt. Und das muss man wirklich in ganz, ganz, ganz große, fette Buchstaben verpacken und am besten noch zehn Ausrufezeichen hinter, weil meine Fresse ist das ein Trip hier. Haben die einzelnen Geschichten was miteinander zu tun? Bauen die aufeinander auf? Gibt's am Ende eine Verbindung oder spielt es alles nur in derselben Welt? Die bauen schon aufeinander auf. Also, die Rahmenhandlung ist eine Sumpfhexe, die auf einen Berg steigt und dort einen steinalten Wächter trifft und sie führt mit sich eine strahlend blaue Blumenblüte oder auf jeden Fall eine Blume und dann wird halt in Rückblenden erzählt, sowohl aus ihrer Sicht als auch der des Wächters, was die schon über verschiedenste Jahrzehnte hinweg für ein Unheil über die Welt gebracht hat. Und ja, das ist der Film. Es ist alles relativ lose miteinander verbunden. Also, verbindende Elemente sind eigentlich nur diese Sumpfhexe und dieser Wächter, noch ein anderer und halt vor allem diese blaue Blüte. Und das Ganze ist, du hast es ja schon angemerkt, 80er, 90er, eigentlich eher sogar 70er, weil mit diesem Film kehrt eine Technik zurück, die man in erster Linie daraus kennt, nämlich die sogenannte Rotoskopietechnik. Das ist, wenn man die Schauspieler real filmt und dann anschließend Bild für Bild darüber gemalt wird. Große Pioniere waren zum Beispiel oder war zum Beispiel Ralph Beckschi, der hat diesen leider ziemlich misslungenen Herr der Ringe Film gedreht, aber auch Fire and Ice, der hier wohl sehr Pate gestanden haben soll. Gefällt dir der Look persönlich besser oder als der neue Look sozusagen oder ist es einfach der Zeit geschuldet? Gut. Also, dieser Look, der hat schon irgendwo was. Natürlich, also es ist nicht handgezeichnet, sondern mit Computertechnik, aber im Rotoskopieverfahren und sie haben auch die Bildrate, die man normalerweise hat, also 24 Bilder haben sie runtergesetzt auf 12. Das sieht man auch. Für moderne Sehgewohnheiten mag das auch ein bisschen irritierend sein. Mir hat es tatsächlich gefallen, auch wenn dieser Look natürlich immer so ein bisschen detailarm ist. Also, es ist alles relativ rudimentär gezeichnet. Was aber vor allem, ja, deutlich wird schon eigentlich in der allerersten Szene, das ist wirklich, wirklich ein Animationsfilm für Erwachsene. Also nicht nur Gewalt, sondern auch Nacktheit. Ich glaube, ich habe selten so viele gezeichnete Penisse und Brüste gesehen in einem Animationsfilm. Oh. Auf den Gewaltgrad wollte ich sowieso zu sprechen kommen, weil der Trailer war schon wirklich heftig. Dient die Gewalt nur so, ja, um einen gewissen Skandal heraufzubeschwören? Hat sie einen gewissen Zweck, der da damit zwar, also ich meine, ist es einfach nur Gewalt um Gewalt willen oder Gewalt, weil es sein muss? Ich würde sagen, es ist schon, also es verkommt nicht zum Selbstzweck. Das würde ich nicht sagen. Es ist halt, um eben, ja, so diese kalte, brutale, harte Welt zu illustrieren, wie zum Beispiel auch eben Westeros. Es ist aber manchmal schon sehr drüber, aber das ist natürlich auch diese Stilistik. Also das kann man durchaus als selbstbewusst auffassen, dass diese beiden Macher, die hier hinterstehen, das sind auch, glaube ich, soweit ich weiß, Regie-Diputanten. Einer ist Philipp Jellet, der hat auch einige Episoden dieser Netflix-Serie Love, Death and Robots geschrieben. Und diese Stilistik findet sich hier auch durchaus wieder. Also wirklich dieses, ja, Zeichentrick für Erwachsene. Und das kann man hier einfach nur wirklich in ganz große Lettern setzen, weil es ist wirklich, es werden hier Köpfe in drei Teile geschnitten, Organe quillen überall raus, wird jemand in zwei Teile gerissen, er lebt noch und dann wird ihm das Herz herausgerupft. Also da geht es schon wirklich ordentlich zur Sache und es ist alles sehr grafisch. Die Nacktheit wirkt tatsächlich mal so ein bisschen aufgesetzt. Also vor allem diese Sumpfhexe, die ist eigentlich von Minute eins an, ja, splitternackt, wirklich die ganze Zeit. Hm. Gut, kommen wir von Nacktheit und Gewalt zu etwas anderem. Die Sprecher, die ja wirklich sehr prominent besetzt sind, geben sie ihr Bestes oder plänkelt es so vor sich hin? Ich fand das tatsächlich schon ein wirkliches Highlight. Also wir haben ja, hier kann ich ja mal kurz sagen, also diese Sumpfhexe Lucy Lawless, vielen ja bekannt wahrscheinlich noch als Xena, dieser Wächter wird von Richard E. Grant gesprochen, Patton Oswalt hat eine Sprechrolle, John Magianiello zieht sich durch, Betty Gabriel, die man vielleicht aus Get Out kennen dürfte, als unglaublich creepiges Dienstmädchen. Äh, die machen hier schon alle einen relativ guten Job. Das Ganze ist auch ein bisschen divers angehaucht, was auch nicht aufgesetzt wirkt. Also der Voice-Cast ist definitiv ein Pluspunkt. Vor allem, äh, Richard E. Grant, der bringt halt auch so eine sehr eigene Sprechweise, eine sehr eigene Stimme tatsächlich in seine Rolle hinein und er ist dann auch oft die, die Erzählstimme. Das Problem ist eher so ein bisschen, dass diese ganzen Geschichten lose miteinander verknüpft sind. Also bis so auf diese Bezüge zur Rahmenhandlung haben sie eigentlich nicht viel miteinander zu tun und ja, so wirklich emotional gehst du auch nicht mit. Das ist zwar alles schon irgendwie toll inszeniert visuell, aber das Schicksal der Figuren ist dir so ein bisschen egal, was eben auch so an dieser, sag ich mal, Kurzfilm-Dramaturgie liegt, ne? Ah, okay. Ja, an sich hört es ja nach einer schönen runden Sache an. Sollen wir zur Bewertung kommen oder hast du noch irgendwas? Ich hätte soweit nichts mehr, dann würde ich meine Bewertung jetzt einfach hinterher schieben in, ja, blauen, äh, Blüten. Äh, der Film ist generell sehr blaulastig an einigen Stellen. Die Magie ist eigentlich immer blau. Ja, es ist wirklich ein Genre-Film. Also das ist absolut nichts für die breite Masse, weder aufgrund des Gewaltgrades noch der Nacktheit und es ist halt schon irgendwie wirklich, es ist wirklich High-Fantasy-Nerd-Schlock. Aber der positiven Art, es ist so ein bisschen emotional schwierig, aber für Leute, die damit was anfangen können und sich in dem Metier auch wohlfühlen, die zum Beispiel jetzt auch sowas mochten wie den Witcher-Animationsfilm, die können da gerne mal einen Blick reinwerfen. Und so alles in allem vergebe ich, ähm, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich es irgendwie toll finde, dass man jetzt diese doch sehr eigene Animationstechnik wieder zurückgebracht hat und auch die Ambition dahinter, das Selbstbewusstsein, gebe ich mal drei von fünf blauen Blüten. Hm, das klingt doch ganz anständig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich sag schon mal Tschüss und dann darf Dominik. Ciao, ciao. Und die Nacht ist dunkle und voller Schrecken. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Vielen Dank.